lol hallo und willkommen zurück bei suns of the forest was ist lol ich grüße euch und ich habe gerade aus pflanzen ich gesammelt habe einen energy gemacht du meinst du hast zweimal die gelben pflanzen zusammengepackt nein einmal eine gelbe und einmal eine weiße also eine pfeilblatt und ein chico köre ja und das gibt eine energy das gibt ein energy ich habe also ganz ganz wenig nicht so krass wie der also bei mir kommt eine energie mischung raus ja energie mischung ja ja gut habe ich jetzt auch wieder kommen dann weiter oder willst du willst noch einen energy ja damit meine müdlichkeit voll ist ja kommen okay los geht's los geht's los geht's jetzt bringe ich auch ein so spät ich bin schon am rutschen na gut du musst ja auf den high ich hier ein verdammter hey drin ist dann ich sehe kein high schlage ich die entwickler und du vor du dich verschwimmst du vor ich bleib hinter dir ne du schwimmst rechts lang guck mal hier ist ein loch da kann man rein aber da hinten war irgendwas an der oberfläche hier war doch irgendwas am leuchten oder nicht ich sehe nichts sah wohl nur so aus dann müssen wir runter ab ins loch ich folge dir hi aha da kannst du ja vorgehen ich sehe keinen high ich glaube nicht dass hier irgendwas im wasser drin ist weil wir können keine waffe ausrüsten vielleicht gibt es noch eine hapune die wir jetzt nicht haben die filme eigentlich die sauerstofftanks jahr wahrscheinlich kommst raus direkt gegner hallo kann ich bitte mein stock haben die haben sich erstmal erschrocken vor uns ja gut ich würde mich auch erschrecken und alter die tun mir einfach den aschen ok alle tot ja 1 2 2 3 weit los die hat mir die hand gereicht die haben gar keine augen und sowas ich dachte der ist ein höhlenbewohner ich muss ja gerade ein stück anziehen ich bin wieder ready hier liegt eine flasche und ein gegner das ist gut und kleidung zum wechseln ein neoprenanzug tatsächlich nice drei gegner oh das sind ein bisschen mehr als zwei ja wir ziehen uns langsam richtung wasser zurück gut dass wir die rüstung haben ja das sind größere ne kann das sein sie sind immer größer als wir ich habe keine ausdauer mehr hilfe du sollst es erst gucken dass du noch genug leben hast leben habe ich noch genug ich hab gar eine rüste verloren das sind echt viele die können nicht schwimmen wie es aussieht ja das ist gut so wo bist du ich habe einen ins wasser gestoßen kann man die rufen wenn die im wasser ist ja nein ja doch geht geht doch nicht vielleicht kann ich die bisschen raus ziehen so ja ok bereit wird schwer zu looten hier ja scheiß drauf wir haben sowieso zu viel ja dann hau auf hier kann man nicht looten oder das ist die die wir schon gelootet haben ich habe keine gelootet wir haben am anfang zwei gelootet ja hier 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 dann los warte ich sie kann nicht und was machst du ich habe ihn noch also lang seine animation ist geht es noch ok dann 1 2 3 los äh den rechten 1 2 3 los ich glaube jetzt haben wir den unterschiedlichen gold oder ne haben wir noch nicht ne und los sondern einer müsste noch hier liegen hier ja los aber ich muss drei rüstungen muss direkt wieder anziehen alter meine rüstung sind voll aber es bescheid ich habe hunger aus irgendeinem grund ich habe mich jetzt zu essen ich erst mal ein ein was dafür ist doch noch zu wenig der ist einfach ein fisch ich habe einen aufgeweckt ja dann töte ihn der ist tot kommst du ja kannst schon mal anfangen den blus wir rutschen wir rutschen wir rutschen wir rutschen ich seh nix konzentriperator ok wenn wir noch rutschen dann könnten wir vielleicht doch da hinkommen ich bin am land ich bin am land wasser scheint aber auch nichts zu sein ok am land ist nix wir müssen glaub ich tauchen naja ich habe aber nichts gesehen guck mal da hinten ist Licht das Licht Okay, hier sind Fackeln, Schleber, Schofritten-Munitionen. Ich höre was. Hier war noch Rahmen und Stoff. Werf mal da rein. Kann er mich nicht werfen. Wo rein? Ich kann ja die Fackel nicht werfen. Du hast ja ein Speer an der Hand. Wenn du ein Speer an der Hand hast, kannst du keine Fackel schmeißen. Ja, ich habe ja auch keine Fackel aufgehoben. Hier ist so ein Koffer. Eine Granate. Und C4. Okay. Wir haben auch lange keine Piñata mehr gesehen. Moment, meinst du, wir können dieses Erd absprengen? Da ist einer. Ja, meinst du, man kann dieses Erd absprengen? Nein. Probiert? Nein, aber helft mir bei dir. Geht nicht, du bist in einer Engstelle drin. Ja, komm raus, komm raus. Oh shit, das sind viele. Ja, zwei Stunden zurück. Ja, komm zurück. Komm zurück. Komm zurück. Dass die Einzelnen dann durchkommen, weißt du? Haha. Alter, da ist einer hinter uns. Da ist einer über uns. Der ist tot. Kommt doch, kommt doch. Kommt doch, komm. Hahahaha. Also, sobald man Rüstung hat, ist die Höhle echt einfach. Ja. ich glaube das waren alle oder ja ich glaube wir müssen jetzt auch gerade kann man einfach looten weil er wäre mir so ein ziel ist ja meine rüstung muss jetzt wohl sein wenn wir die durch haben da kommt noch einer ich sehe ok ich habe zu viel ich glaube ich kann einen noch kann ich noch ok die rüstung kann ich hier gar nicht mehr aufheben und dann weiter geht's wodkaflaschen ich kann keine wodkaflaschen mehr aufgeben dann mach mollys raus ich kann keine medikamente mehr aufgeben dann mach mollys daraus das kostet mich zu viel stoff weil wir einen am schlafen wenn du mollys voll hast weißt du aber der schöne stoff ich meine wenn du stoff auch voll hast habe ich nicht ich kann die gar nicht mehr looten immer da weiter es gibt doch nur da lang oder ja gut dann weiter also ich habe jetzt keinen anderen weg licht bewegung ich höre babys wasser wasser da ist ein großer hier sind zwei spinnenviecher und ein großer ich bin viel schnell er kommt ja weil jetzt kommen ja kommt auch da sind zwei große by the way hat und die stelle des links von ja noch einer gut rüstung hält wenn wir die scheiß sport sind da haben alter wenn du einen richtigen starken handel von dem fix dann verlierst du drei rüstungen ich habe hier auch gleich meine rüstung alter warum sind die denn so widerstandfähig ok müssen wir beim looten gucken ok 123 los ach shit ich muss erstmal die rüstung ausrüsten rüstung ist wieder voll jetzt muss ich nur looten ok egal bloß 1 warte kannst schon anfangen ja jetzt noch die dicken ey komm rüber jetzt hier hier ist einer hier ist einer hier ist einer noch einer hier ist 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 der sich treffen naja das war ein streif schlag rechts ist einer rechts ist einer ich habe eine taschenlampen vorricht um aufgesammelt das heißt es gibt taschenlampen das ist ja gut vielleicht gibt es sogar helmenlampen ich höre noch ein dicken so wo war das hier 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 komm her hier hier ja hier ist der hier habe ich lol ich konnte mich durch einen schlag durchdrucken ja das ist auf jeden fall eine große höhle müssen wir mal gucken wie viele wege es hier gibt handbanate medizin konnte ich so viel habe noch ein bisschen munition das war es hülle ist echt groß ich glaube nur bei den soldaten gab es etwas ich wollte den man die wollten uns warte ist das der weg von dem wir gekommen sind oder ist das eine andere die leichen ja ja das ist der weg von dem wir bekommen nein liegen denn da die leichen nein das ist der nicht das ist der nicht bist du sicher hier liegt noch ein koffer mit leiche handgranate was ist da drin also hier hinten ist auf jeden fall hier ist noch ein koffer klebeband wo kommt das denn her noch ein baby hinter dir aber hier geht es dann wahrscheinlich weiter koffer 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 wie viele fackeln es gibt ich habe einen kohlefaserpfeil ich habe schrotpugeln hier hochkogeln hier liegt was geld 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 und uhr Das alles nur für eine verdammte Schaufel. Warte, kann man da durch? Nee. Monster. Direkt schon wieder, ey. Man kommt aus dem Wasser und direkt sind hier wieder. Oh, da ist auch ein großer Ball. Der Große rennt. Die rennen alle. Warte, der hat gerade seinen Freund geschlagen. Oha. Hä, wo ist mein Speer? Ach so, ich bin im Wasser. Könnt ihr mal bitte sterben? Ich muss Rüstung anziehen. Bist du wieder voll? Nein, ich muss Rüstung nachrüsten. So, fertig. Ja, ich muss auch mal nachrüsten. Hier liegen noch Rüstung, falls du noch Rüstung brauchst. Nein, nein, komm schon. Passt schon. Na warte, ich looge mir die noch, weil ich habe nicht mehr so viel, ich habe nur noch vier. Also vier im Inventar. Kommt einer. Ja, ich glaube, wenn man den Key angreift, dann fallen die hin. Noch jemand da? Hier rechts geht es weiter. Ja, links auch. Hier ist sogar jemand in einer kleinen Babyhöhle drin. Okay, ich komme nicht an dir vorbei. Egal, solange es nur einer ist. Die Frage ist, wenn es bei dir auch noch weiter ging, wo ist das Dead End? Fühlt mir aus. Also hier, da wo du lang gehen wolltest, ist viel Licht, ne? Äh, ich bin jetzt hier weiter gegangen. Ja, ich komme zu dir. Oh, oh, oh! Oh, oh, oh! Noch welche? Einer ist durch. Es fehlt irgendwie so ein Schild. Ein Schild fehlt. ja gut der schild ist ja ich behaupte bei ihr aber dass du dann auch aktiv blocken kann es weiß so geht es ja auch weiter oder was gleich ist der andere weg jetzt gar nicht weiter sondern ist mehr zum gucken weißt du okay ich glaube ich jetzt dead end ist noch einer aber dann müsste es hier doch blut geben ich habe das war's hier ich habe ja auch nichts gesehen ist denn kisten zwei kisten weil hier ist noch eine kiste hier ist noch eine kiste war ja doch was da ja dann können wir wieder zurückgehen wo war die andere hier lol nein was denn schau dir das an babys nein das dahinter die lichter sich eine base ist das die weiß ich nicht was das ist aber da kommen die dicker dicker sollen nicht granate holen oder so toll die laufen wieder von der granate explosion weg machen die das weiß ich nicht aber die wird bestimmt ich glaube ich sie die schaufel glaubst du siehst die schaufel ich habe die schaufel ich habe ich hoffe wo bist du ich bin davor gegen zwei spinnen ich habe die granate gesucht ich weiß noch nicht wo die inventar ist oben im schwarzen wo sind die hinter dir feierende holen nein du hast die art ich bin davor sagt mir dass du den sprint gezogen hast wieso explodiert ihr nicht diesmal habe ich den gezogen sie explodiert ja bei mir funktioniert das ist wie mit der leuchtwackel könnte sterben ich habe kein leben mehr ich werde doch keine granate warum nicht ich halte mich erst mal kommen zu mir kommt zu mir kommt zu ja weiter die die backen hier hinterm stein so ein bisschen gut dann töte sie ja einer ist tot aber das baby macht mir probleme so erst mal wieder rüstung holen wo bist du das war oben bei dem scheiße das habe ich nicht mitgelootet so ich habe wieder volle rüstung wo ist die schwarze hinter ich frage mich wo ist jetzt erst mal das teil hier 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 die schaufel ja aber wie kommen wir da rein keine ahnung ich würde sagen runter gehen sicher dass da der weg geht ja sonst würden wir es nicht hier so machen vielleicht ist das auch nur ein teaser kann man meine granaten die ich geworfen habe wieder einsammeln oder sind die einfach nur nicht explodiert das waren alles nur blindgänger der hat den spiel zieht nämlich automatisch den splint also ich kann keine granaten werfen ist bei mir buggy warte warte ich meine leuchtwackel runter ich kann auch keine leuchtwackel schmeißen ich weiß nicht ob wir da lang können weißt du ich meine das sieht jetzt nicht nach einem offiziellen weg aus es gab doch sonst immer einen rückzug einen einfachen rückzugsort rückzugsweg ich geh jetzt rein ja ok geh mal runter geht nicht aber wo ist die schrotflinte dann ja gut wir haben ja da vielleicht eine höhle noch nicht vielleicht haben wir irgendeinen gang übersehen schrotflinte haben war die schrotflinte nicht eh beim äh peilsender die wir ausgraben müssen stimmt hier ist noch ein koffer täubungsfall stimmt du hast recht ja 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 du hast recht scheiße den ganzen weg zurück geht das überhaupt schon äh die frage ist gibt es überhaupt schon einen weg wie man denn in das gebäude kommen weiß ich nicht also anscheinend schon was ist meine höhle ich weiß dass man über eine höhle bis zum ende kommt ich weiß auch dass man ach so und das ist das ende oder was die basis gleich ich glaube hier links ging es doch weiter fragst du mir ah ne warte ging doch nicht das ist doch der rückweg ja ist gut aber vielleicht haben wir auch in der großen höhle einen weg übersehen aber wir können auch einfach zurückgehen ja wir haben jetzt alles ja wobei sonst gab es immer nur eine abkürzung für zurück ne deswegen aber ich glaube das geht hier nicht mehr dass hier so eine wichtige große kammer ist wo man ganz viel werkzeug braucht weiter zu kommen weißt du also ich denke wir können ja mal rechts lang gehen weil geradeaus war glaube ich der rückweg ich folge dir oder ach ne hier geht es gar nicht raus also ist hier recht naja das ist tatsächlich der rückweg naja dann also müsste ja hier liegen die Bauarbeiter die leichen sind nur verschwunden da ist ein ding sprengen das sprengen das sprengen das sprengen das sprengen ja wie geht das mit dem c4 ich weiß es nicht mehr ich glaube schmeißen du hast eine zeitbombe irgendwo oben rechts ja ich weiß nicht ob du mit rechts oben rechts und danach links klicken ich habe jetzt dahin was geworfen und er hat auch was aktiviert aber bei mir funktionieren ja die bomben nicht soll ich es ja ich habe eine geworfen aber die funktioniert nicht also alles was irgendwie wird funktioniert bei mir nicht ich habe aber trotzdem die errungenschaft bekommen das ist schön aber lustig dass auf dem rückweg hier was freigeschaltet wird warte die frage ist ja auch so eine fackel halterung vielleicht können wir die schon installieren die sind baby aber die können wir ignorieren oder ne die machen wir jetzt platt die sind verschädel sonst werden die irgendwann erwachsen weißt du scheiße warum ist die ich glaube ich mich jetzt gegen baby kämpfe um kostbare Rüstung rein um was um kostbare Rüstung vernichte wie stirbst du etwa durch die oder was nein aber ich gebe mir ne Rüstung drauf ja mir geht keine Rüstung dafür drauf was ist mit der Lampenhalterung kann man die nicht schon installieren ich weiß es nicht wo ist die überhaupt auch in nem Koffer guck mal rechts vielleicht irgendwo ist der Werfer taktischer ja kombinieren man kann die kombinieren wahrscheinlich mit der Waffe man kann kombinieren egal ich probier es in der Base aus Betäubungsgewehr ja 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 ok jetzt runter ausgang ausgang gucken wo wir rauskommen ja direkt da wo einer schreibt ne oh scheiße ist es nacht zelt aufbauen würde sagen zu kevin oder zelt aufbauen ich kann aufbauen hier also gehen wir direkt dann machen wir weiter hallo warum kann ich nicht hallo muss nach unten gucken ich muss da oben gucken so baut noch nicht ab ich will erst mal auffüllen und dann speichern ich glaube wenn man zweimal schläft dann geht der geht das schlafen wieder runter ich weiß es nicht ich habe einmal rahmennudeln gegessen geil ich habe ein kreuz gefunden ein kreuz habe ich auch ich weiß nur nicht was man damit machen kann da ist die schaufel wo ist denn der im koffer im schwarzen auch so ich würde sagen das war es aber für diese folge und wir sehen uns in der nächsten folge wieder also bis dann chau chau